Wie du Süßigkeiten essen kannst und trotzdem abnimmst. Das mag vielleicht zu schön klingen, um wahr zu sein, aber ich versichere dir, es ist absolut möglich. Heute werden wir gemeinsam die Fakten erkunden, Mythen aufklären und Strategien entwickeln, um dich auf diesem spannenden und leckeren Weg zum gesunden Gewichtsverlust zu unterstützen. Jeder von uns weiß, wie verlockend Süßigkeiten sein können. Sie sind ein fester Bestandteil vieler unserer Feiern, Belohnungen und sogar unseres Trostes. Sie sind süß, köstlich und können in schwierigen Zeiten für einen Moment des Glücks sorgen. Aber oft sind sie auch die Ersten, die von unseren Ernährungsplänen gestrichen werden, wenn wir versuchen, Gewicht zu verlieren. Doch muss das wirklich so sein? In diesem Video werden wir erkunden, wie Süßigkeiten in eine gesunde Ernährung integriert werden können, ohne deine Gewichtsverlustziele zu sabotieren. Wir werden darüber sprechen, wie der Körper Zucker verarbeitet, die Rolle von Süßigkeiten in einer ausgewogenen Ernährung, gesunde Alternativen und sogar Strategien zur Kontrolle von Heißhunger. Das Ziel ist, ein Gleichgewicht zu finden, das es dir ermöglicht, deine Lieblingssüßigkeiten zu genießen und dabei gesund und fit zu bleiben. Lasst uns in diese süße und spannende Reise einsteigen. Mach es dir gemütlich, schnapp dir eine Tasse Tee oder vielleicht sogar eine kleine Süßigkeit und lass uns gemeinsam lernen, wie wir Süßigkeiten genießen und trotzdem unsere Gesundheits- und Fitnessziele erreichen können. Sieh dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn dort erhältst du von uns ein Geschenk, das nur Zuschauer unseres Kanals erhalten. Mythos aufklären Es gibt einen weit verbreiteten Mythos, dass Süßigkeiten und Gewichtsverlust sich gegenseitig ausschließen. Die Wahrheit ist, dass Süßigkeiten, wie jedes andere Lebensmittel, in Maßen genossen werden können und trotzdem ein gesundes Gewichtsmanagement unterstützen. Es geht alles um die Balance, Portionen und das Bewusstsein, was wir in unseren Körper stecken. Kalorienverständnis Zunächst ist es wichtig, das Konzept der Kalorien zu verstehen. Eine Kalorie ist eine Einheit, die die Menge an Energie misst, die ein Lebensmittel liefert. Um Gewicht zu verlieren, müssen wir ein Kaloriendefizit erzeugen, das bedeutet, dass wir weniger Kalorien zu uns nehmen müssen, als unser Körper verbrennt. Wenn wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrennen, nehmen wir zu. Zucker und Gesundheit Es ist kein Geheimnis, dass Süßigkeiten in der Regel viel Zucker enthalten. Zu viel Zucker kann zu gesundheitlichen Problemen führen, wie ZB. Gewichtszunahme, Herzkrankheiten und Typ 2, Diabetes Allerdings bedeutet das nicht, dass wir Zucker komplett aus unserer Ernährung streichen müssen. Es geht darum, ihn in Maßen zu konsumieren. Süßigkeiten in der Ernährung Wenn du Süßigkeiten in deine Ernährung einbeziehen möchtest, gibt es einige Strategien, die du beachten solltest. Erstens, kontrolliere deine Portionen Ein kleiner Genuss kann befriedigend sein und muss nicht zu einer Gewichtszunahme führen. Zweitens, wähle qualitativ hochwertige Süßigkeiten Süßigkeiten, die dunkle Schokolade, Nüsse oder Trockenfrüchte enthalten, können ernährungsphysiologisch besser sein als solche, die aus raffiniertem Zucker und leeren Kalorien bestehen. Alternative Süßigkeiten Es gibt auch viele gesunde Alternativen zu traditionellen Süßigkeiten. Früchte sind eine großartige Option, da sie natürlich süß sind und gleichzeitig Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe liefern. Du könntest auch probieren, deine eigenen gesunden Süßigkeiten zu Hause herzustellen, indem du Rezepte mit Zutaten wie Datteln, Nüssen und dunkler Schokolade verwendest. Moderation und Balance Wichtig ist, dass Süßigkeiten nur einen kleinen Teil deiner gesamten Kalorien zuvor ausmachen sollten. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Genuss von Süßigkeiten keine Ausrede dafür sein sollte, andere wichtige Nährstoffe zu vernachlässigen. Achte darauf, dass du eine ausgewogene Ernährung beibehältst, die reich an Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffen ist. Regelmäßige Bewegung Bewegung ist ein wichtiger Faktor bei der Gewichtsabnahme. Regelmäßige körperliche Aktivität hilft dir, mehr Kalorien zu verbrennen und kann dazu beitragen, dein Verlangen nach Süßem zu reduzieren. Ob es nun ums Laufen, Schwimmen, Radfahren oder einfach nur um einen Spaziergang geht, jede Art von Bewegung ist nützlich. Gesunde Zuckerquellen Zucker ist nicht gleich Zucker Die natürlichen Zucker, die in Früchten und Gemüse vorkommen, sind nicht das gleiche wie der raffinierte Zucker, den wir in den meisten Süßigkeiten finden. Natürliche Zucker liefern auch Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe, was sie zu einer gesünderen Option macht. Also, wenn du den Drang nach etwas Süßem hast, greife zu einem Stück Obst oder sogar zu Gemüse wie Karotten oder roter Paprika. Zuckeralternativen Es gibt auch eine Reihe von natürlichen Zuckeralternativen, die du verwenden kannst, um deine Süßigkeiten gesünder zu machen. Honig, Agavendicksaft, Stevia und Xylit sind nur einige der Optionen. Diese Süßungsmittel haben immer noch Kalorien, also solltest du sie in Maßen verwenden. Süßhunger verstehen Es ist auch wichtig zu verstehen, warum wir manchmal Heißhunger auf Süßes haben. Oft kann dies ein Zeichen dafür sein, dass unser Körper nach bestimmten Nährstoffen verlangt. Wenn du dich regelmäßig nach Süßem sehnst, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du deine Ernährung überprüfen und sicherstellen musst, dass du alle notwendigen Nährstoffe bekommst. Hydration und Schlaf Wusstest du, dass Dehydrierung und Schlafmangel dein Verlangen nach Zucker erhöhen können? Indem du ausreichend Wasser trinkst und genügend Schlaf bekommst, kannst du dein Verlangen nach Süßem besser kontrollieren. Mindful Eating Achtsames Essen ist eine weitere wichtige Strategie, um Süßigkeiten zu genießen und trotzdem abzunehmen. Achte darauf, was du isst, wie es schmeckt und wie es sich in deinem Körper anfühlt. Wenn du achtsam isst, wirst du wahrscheinlich weniger essen und mehr genießen. Planung und Vorbereitung Ein weiterer Tipp, um Süßigkeiten in deine Ernährung zu integrieren und trotzdem Gewicht zu verlieren, ist die Planung und Vorbereitung. Anstatt auf zufällige Süßigkeiten verlangen zu reagieren, plane deine süßen Genüsse im Wohr aus. So kannst du sicherstellen, dass sie in deine gesamte Ernährung und Kalorien zuvor passen. Nachsicht ohne Schuld Ein letzter, aber sehr wichtiger Punkt ist, dass du dich nicht schuldig fühlen solltest, wenn du Süßigkeiten isst. Sich gelegentlich etwas zu gönnen, ist völlig in Ordnung und kann tatsächlich dazu beitragen, dass du auf deinem Weg zur Gewichtsabnahme motiviert bleibst. Das war eine ziemlich ausführliche Reise, die wir zusammen unternommen haben und ich danke dir, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Es ist wichtig, dass wir die Komplexität und die individuellen Unterschiede in der Ernährung anerkennen. Es gibt keine Einheitslösung für alle, besonders wenn es um Süßigkeiten und Gewichtsverlust geht. Das Genießen von Süßigkeiten ist ein Vergnügen, das viele von uns teilen und die gute Nachricht ist, dass du es nicht aufgeben musst, um deine Gesundheits- und Fitnessziele zu erreichen. Der Schlüssel liegt in einem gesunden Verständnis von Nahrung und Energie, einer bewussten Auswahl und dem bewussten Genuss von Süßigkeiten, der Einhaltung von Portionsgrößen und dem Streben nach einem insgesamt ausgewobenen Lebensstil. Und während es wichtig ist, auf unsere körperliche Gesundheit zu achten, ist es genauso wichtig, auf unsere geistige und emotionale Gesundheit zu achten. Sich selbst Kritik und Schuldgefühle für das Essen von Süßigkeiten aufzuladen, kann stressig sein und zu einem ungesunden Verhältnis zu essen führen. Daher ist es wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zu finden und eine positive Beziehung zu essen zu pflegen. Es ist auch wichtig, daran zu denken, dass jeder Körper einzigartig ist. Was für den einen funktioniert, muss nicht unbedingt für den anderen funktionieren. Es ist wichtig, auf deinen Körper zu hören und das zu tun, was für dich am besten ist. Jeder Schritt, den du auf deiner Gesundheits- und Fitnessreise machst, ist ein Sieg, der gefeiert werden sollte, unabhängig davon, wie groß oder klein er ist. Wir haben eine Menge Informationen durchgearbeitet und ich hoffe, dass du einige nützliche Tipps und Strategien mitnehmen konntest. Und auch wenn es sich manchmal überwältigend anfühlen mag, erinnere dich daran, dass jede Reise mit einem einzigen Schritt beginnt. Du hast die Kraft, positive Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen und ich bin hier, um dich zu unterstützen. Wenn du ab und an auch gerne Schokolade naschst, dann haben wir jetzt eine ganz besonders gute Nachricht für dich. Und zwar schenken wir allen Zuschauern dieses Videos unser Buch, die besten Schokoladenrezepte zum Abnehmen. Klicke dafür einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um das Buch kostenfrei zu erhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video anzuschauen. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel und ich freue mich darauf, dich auf deiner Gesundheits- und Fitnessreise zu begleiten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf und genieße das Leben in vollen Zügen. Bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf und genieße das Leben.